Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist mein Master und schön, dass ihr wieder eingestaltet habt. Heute bin ich mit Niki oder Fix unterwegs, der hier wieder richtig krasse Dance-Wood auspackt. Maschallah, einfach die Hübsche. Und wir spielen mit Badwurst, aber nicht normal Badwurst, denn wir dürfen nur mit der Picke kämpfen. Das heißt, Schwert, Fireball, TNT, whatever. Nur mit der Picke dürfen wir kämpfen, ansonsten dürfen wir alles verwenden. Ist hart an der Grenze. Emeralds etc. dürfen wir alles verwenden. Niki, kannst du direkt zum Diaspawner bauen? Ich hole auch schon direkt mal eine Picke. Ja, deswegen. Ansonsten dürfen wir tatsächlich alles machen. Wir dürfen uns Rüstung kaufen, aber wie gesagt, nur mit Picke kämpfen. Niki, Alter, gib ihn mir wieder. Danke. Geht auf die. Ne, 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 da habe ich gar keinen Bock drauf, dass die dann gelb holen und dann mit uns hier dies, das Stress anfangen. Da habe ich jetzt... Ey, hol mal, hol mal Diamonds. Digga, ja, mit uns sollen die Stress anfangen. Und was machst du? Das Erste, was du machst, ist rüberrennen. Mit den Kopfnälen Diamonds. Jo, König, es fielst du, du Graf. Nein, ja, doch, ich habe ihn geholt, ich habe ihn geholt. Okay, na, ist. Aber die werden uns jetzt halt übel pushen gehen, ne? In der Tat. Mhm, ja, gut. Oh mein Gott, die kommen, die kommen, die kommen. Ja, siehst du, siehst du, siehst du. Oh mein Gott, oh mein Gott. Niki, oben, oben auf dem Dorf. Ich habe den ein, ich habe den ein. Oh, nee, das ist jetzt so ein Camper, Alter. Ah, salte. Wie ekelig. Ekelhaft. Eklisch. Eklisch. Der rein jetzt. Ich muss ihn einmal hinten. Nein, Niki. Die, die hab ich, Niki, wenn du den jetzt nicht holst, dann ist das wirklich die unterste Schublade, weil ich den auch nicht holst. Au, au, ja, Junge, die haben mich instant geholt, weil ich halt nur... Oh mein Gott, ich gehe ganz schnell rauf auf den Turm. Ich habe halt nur eine Holzpick ist das Ding. Ne, komm, wir gehen beide auf den, wir gehen beide auf den. Ja, den haben wir, den haben wir. Zack. Ne, geht der andere. Aha. So, zack, krasser wird's nicht. Ey, wer, ey, vielleicht bemerk ich den. sag, komm, ich bekomm den. Digga, da, da, da! Junge, nein! Nein, 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 nein! Ich renne, ich renne, ich renne. Niki, ren, 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 ren. Und jetzt! Zack. Einschlag. Wir brauchen erstmal Rüstung, Digga. Ich hole mir einfach Kettenrüstung. Ich hab jetzt noch gar keinen Bock. Ich hole mir, wenn ich dafür dann genug hab, ich spalze erstmal. blau und grün ist grad epische feiten das ich mich hat sich wenig ja da ein bisschen nein weiß nicht auf der anderen seite die dinge alter da willst du mit mir spielen oh mein gott nicht soviel steht fest ja ich habe ich habe nicht aber dummer was gibt der für knockback okay ganz schnell der macht den t der martin t unser bett ist weg das wollen wir alle nicht wenn das jetzt funktioniert bei ihm dann ist ja unser bett zweck das hat er achtung mit ihm weg ach so ein alter ich habe ihn egal 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 okay jetzt müssen wir nur mehr aufpassen ich hole mal ein paar mehr emeralds ich habe drei bisher okay das dumm ist halt jetzt würde ich an der stelle sagen schnell wir holen jetzt ein diamond sort das bringt halt nichts ich versuche mal für uns beide in die dia rüstung zu kassieren ja was ich probiere ich probiere uns jetzt am besten mal feuerbälle zu holen wir müssen ja ich bin da und ich bin da und niki so ne das war jetzt mit diesem video ich hoffe es hat euch gefallen wenn das gerne mal einen daumen nach oben da abonniere mal aktiviert die glocke und dann sehen wir uns jetzt beim nächsten video wieder checken niki oder fix auf jeden fall ab also niki und jello halber auch von dem ich so die idee mit so challenges ab und so und da würde ich sagen sehen wir uns jetzt beim nächsten video wieder bis dann mal ms mm ciao